Jetzt möchte ich die einzelnen Zeilen lesen innerhalb einer Schleife. Also ich lese erstmal eine Zeile und dann prüfe ich, ob ich eventuell da etwas habe, was ich dann weiter untersuchen kann. Diese Zeile, die muss jetzt aufgesplittet werden, denn ich will ja die Zeit aus dieser Zeile herausholen, um sie dann mit der neuen Zeit zu vergleichen. Also in Teile stehen dann die einzelnen Teile. Aufgesplittet habe ich nach Semikolons. Dann hole ich die Zeit, die in dieser Zeile steht, heraus. Dazu muss ich eine Float-Umwandlung machen, und zwar vom Element Nr. 1. Ich muss aber auch hier wieder ein Replace machen. Nämlich die Kommata quasi rückverwandeln in Punkte, damit Python es versteht. Falls die neue Zeit, die jetzt eingetragen werden soll, besser ist, dann kann ich sie ja jetzt schon eintragen. Also if Differenz kleiner Zeit aus der Datei und bisher noch nicht eingetragen. Dann setze ich zunächst diese Variable auf True, damit sie in der Folge, die neue Zeile, nicht noch einmal eingetragen wird. Und dann wird die Zeile eingetragen. Natürlich müssen dann innerhalb dieser Schleife auch alle alten, vorhandenen Zeilen ebenfalls eingetragen werden. Also auch hier. Ah, da habe ich zu eifrig kopieren wollen. D-Aus-Write-Zeile und lese die nächste aus meiner Eingabedatei. Also der Vorgang. Ich lese eine Zeile, hole mir die Zeit heraus, trage dann in die Ausgabedatei eben entsprechend die Zeile auch wiederum ein und habe vielleicht an dieser Stelle dann die neue Zeit zusätzlich eingefügt. So, falls die noch gar nicht eingetragen wurde, die neue Zeit, es kann ja sein, dass alle Zeiten, die bisher da waren, besser waren, dann muss das jetzt geschehen. Also, falls noch nicht eingetragen, dann als letzte Zeile eintragen. If not eingetragen, d-Aus-Write-Zeile neu. So, jetzt ist sie in jedem Fall eingetragen, entweder zwischendrin oder ganz am Ende. Jetzt müssen wir hingehen und beide Dateien schließen. also d-Aus-Write-Zeile ein-Close, d-Aus-Close, dann Dateien umbenennen bzw. löschen. nämlich die alte Datei, aus der wir eben gelesen haben, die wird gelöscht und die neue Datei, die wir eben neu erzeugt haben mit der eingefügten Zeile, wird umbenannt. So, damit steht uns dann wiederum die geänderte Datei Spiel-CSV zur Verfügung und die können wir jetzt nehmen, um die Daten auszugeben. Also, wir lesen wieder alle Daten ein. Wir lesen die erste Zeile, schreiben eine Schleife, splitten dann die gelesene Zeile wiederum auf, anhand des Semikolons und geben dann die einzelnen Werte aus, insgesamt fünf Stück. Als erstes den Namen, in der Breite zwölf, gefolgt von einem Leerzeichen, dann die Zeit, in der Breite fünf mit zwei Nachkommastellen, dann die Anzahl der richtigen und Datum und Uhrzeit. Da holen wir Teile 0 und Teile 1, wiederum mit Umwandlung des Dezimaltrennzeichens, dann folgen die restlichen Teile. An dem letzten Teil, an der Uhrzeit, hängt noch der Zeilenumbruch mit dran. Den möchte ich nicht mit ausgeben, das macht ja schon Print für mich. Also, nehme ich da das letzte Teil weg. So, dann haben wir die zwei Klammern geschlossen. Einmal von Format und einmal von Print. Und lesen die nächste Zeile innerhalb unserer Schleife ein. Damit dann wieder geprüft werden kann, ist es eine Zeile, die wird aufgesplittet und ausgegeben und so weiter und so fort. Dann wollen wir unser Programm einmal starten. Allerdings, bevor ich es starte, schaue ich mal einmal kurz durch in den neu hinzugefügten Teilen, ob ich mit den Variablen richtig gearbeitet habe. D aus jeweils. Hier dann D ein und D aus. D ein. D aus, D aus, D ein. Hier auch wieder. Das sieht soweit gut aus. Hier, kleine Korrektur, muss natürlich D ein heißen. Hier genauso. Denn hier habe ich ja wieder mit meiner Eingabedatei gearbeitet. Und dann können wir das Ganze mal starten. Da kommt die erste Aufgabe. Da müssen wir jetzt den Namen eingeben. Und dann haben wir zum Beispiel eine Zeit. Hier um 12.45 Uhr wurde die geschafft von 8,52 Sekunden. Und es gab schon eine Zeit, nämlich von 13,64 Sekunden. Und ich kann das Ganze ja beispielsweise jetzt nochmal starten. Ich würde jetzt mal einen anderen Namen eingeben. Da sagen wir mal Bernd. Und das war jetzt die Zeit von 8,05 Sekunden. Die wurde dann auch ganz vorne einsortiert, weil die eben etwas besser war. Fünf richtige, Datum und Uhrzeit. Und hier ist der Name. Hat also soweit geklappt mit Speicherung in einer CSV-Datei. Und die ist auch immer ständig sortiert. Und gleichzeitig könnte ich mir die CSV-Datei auch in Excel leicht anschauen.